Hallo, grünes Dasein und alle anderen Farbsprechten, Spektren natürlich auch. Ich wollte mal etwas Erstaunliches erwähnen, damit ich es selbst noch einmal höre. Und es lautet wie folgt, es ist schon erstaunlich, dass ich in mir selbst keinen Halt finden kann. Und es ist auch sehr erstaunlich, wenn ich genau hinschaue, ist niemand zu finden, der einen Halt finden könnte. Und bei noch genauerem Hinsehen ist das Sehen da, dass es nicht mal ein Ich gibt, das etwas sieht. Und dass da einfach Sehen ist, da ist nur Sehen, ohne einen Sehenden, ohne jemanden, ohne jemanden Speziellen oder Besonderen oder Unwichtigen oder was auch immer, der Sehen würde, einfach nur empfinden. Eine Empfindsamkeit, die sich selbst lebt, körperlich, geistig, spirituell, materiell, materiell. Das ist schon erstaunlich. Erstaunlich. Grüne Grüße. Vom Grünling. Von der grünen Scheinbarkeit. Das grüne Phantom. Namaste. Grüß Gott. Auf wieder schön schauen.